Eine faltige Stirn stört viele Menschen, aber vor allem Patientinnen, die auf jeden Fall nicht älter aussehen möchten, als sie eigentlich sind. Und dafür hat MacAesthetics die Kombination aus Botox und Hyaluronsäure. Hier wird einmal schon unterspritzt und damit hat man eine natürliche Mimik und es sieht nicht maskenhaft aus. Aber die Falten werden bekämpft und sind danach nicht mehr sichtbar. Wir sehen die Patientinnen dann auch nochmal zehn Tage nach der Behandlung wieder und schauen, ob sie zufrieden mit dem Ergebnis sind. Und genau, jetzt ist die Behandlung schon zu Ende und wir können uns zufrieden verabschieden.